Ich war auch mit dem Vlog Squad unterwegs. Viele von euch wissen, ich bin der größte David Dobrik Fan ever. Ja, tera Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Long time no see. Lang nicht mehr gesehen, gleich wieder erkannt. Und Freunde, ich bin wieder da, also in diesem Video, um mit euch zu sprechen. Ich war jetzt zwei Monate weg. Zwei Monate kam kein Video auf meinem YouTube-Kanal, auf keins meiner Kanäle. Weder hier am Hauptkanal, noch auf meinem Blogging-Kanal, noch am Reaction-Kanal. Noch gab es einen Stream und teilweise gab es nicht einmal Stories. Also wenn es irgendwann mal Lebenszeichen gab, dann waren das meistens irgendwelche Stories von Partys, die ich so erlebt habe. Wer auf Instagram dabei ist, hat ja wenigstens ein bisschen was von mir mitbekommen, dass ich viel unterwegs war, viel feiern war, dass ich auf Mykonos war und dort den Urlaub meines Lebens hatte. Den teuersten Urlaub meines Lebens, um das nochmal genau zu definieren. Und ja, ich war einfach nicht da. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Nachrichten von euch jeden Tag bekommen. Wann kommen wieder Vlogs, wann kommen wieder Videos, wann kommt MEM-Erotika vor allem. Gleich mal vorweg, MEM-Erotika, Freunde, kommt jetzt zur Vorbestellung noch Anfang Oktober und der offizielle Job, Inschallah, wie einige in der Neujugendsprache sagen würden. Solange nichts schief geht, kommt der offizielle Job Anfang November. Das ist natürlich mega, mega Kacke und das ist auch eines der Gründe, warum von mir jetzt lange nichts kam. Ich würde sagen, ich fange einfach 15.15 Uhr. Ich würde sagen, ich fange einfach von vorne an, was überhaupt passiert ist. Ein paar von euch werden es bestimmt mitbekommen haben. Das letzte Video, was auf meinem Kanal war, war das, wo ich Outfits oder Klamotten blind erraten musste. Und danach kam einfach nichts mehr, weder am Hauptkanal noch irgendwo anders. Der Grund war, ich hatte mir ein komplettes Projekt vorgesetzt, habe mit meinen Partnern und mit meinen damaligen Praktikanten einen Plan aufgestellt, den wir die nächsten drei Monate durchziehen wollten. Dann war für mich klar, hey, ich habe jetzt genau noch eine halbe Woche Zeit, um Urlaub zu machen und danach geht es Vollgas an, da muss ich einfach reinhusteln. Das letzte Mal Urlaub hatte ich vor drei oder vier Jahren. Also in den Jahren, seitdem ich YouTube mache, kam nie länger ein Video, nicht als zehn Tage. Das war das erste Mal überhaupt, dass so lange keins kam. Und dementsprechend wenig Urlaub hatte ich auch, denn wenn ich mal Urlaub mache, wie zum Beispiel so Skierlaub oder Sonstiges, kamen natürlich trotzdem immer Daily Vlogs, damals noch. Und das war so, deswegen habe ich mir gedacht, hey, vier Tage abschalten, einfach Urlaub machen. War dann auf einer großen Veranstaltung in Kroatien, wo eigentlich alles immer mit Impfung, Testung und allem drum und dran passiert. Dort habe ich mir aber Corona geholt, weil an was, was ich nicht wusste, super gescheiter Maxl, dass Leute, die geimpft sind, trotzdem Corona weitergehen können so. Das wusste ich nicht. Ich war nicht geimpft. Jetzt werden einige sagen, ja selber schlubblablabla, ist mir auch scheißegal, ob das welche sagen oder nicht. Das kann jeder so auffassen, wie er möchte, aber ich bin einer festen Überzeugung, ihr kennt mich, ich gehe gerne auch mal feiern und das lasse ich mir dann nicht nehmen. Und natürlich habe ich alle Richtlinien immer eingehalten, war immer getestet und war vor Ort und habe mir halt dann Corona geholt. Und wo ich dann irgendwann am Montag aufgewacht bin, habe ich einfach gemerkt, ich bin richtig am Arsch. Und so am Arsch war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich bin, möchte ich hier auch nochmal dazu sagen, immer noch nicht ganz fit. Ich bin immer noch nicht über dem Berg. Ich habe immer noch immense Lungenprobleme, kann immer noch keinen Sport machen. und jeder, der mich kennt, weiß, wie mich das runterzieht, wenn ich keinen Sport machen kann. Deswegen habe ich das vielleicht auch in anderer Weise kompensiert, mit Fortgehen und so. Und war richtig am Arsch. Und die Scheiße ist halt, wenn du so, das war die zweitschlimmste Grippe meines Lebens. Einmal wäre ich fast verreckt an einer Grippe und da auch circa. Ich war so am Arsch, dass ich nicht mal in die Küche gehen konnte, um mir Medizin zu holen. Das kann sich ja keiner kümmern um dich. Ich kann nicht die Linzio mal anrufen und sagen, ja pass auf auf mich. Geht ja nicht, weil die gefährde ich ja dann. Also war ich alleine, die erste Woche komplett am Arsch, nur geschwitzt, nur scheiße gefühlt, konnte nicht mal aufstehen. Zweite Woche ging dann schon wieder halbwegs und dann den ersten Tag, wo ich raus durfte. Ich glaube, ich durfte bis Freitag, ich habe mich ja dann freigetestet mit PCR-Test und so einen Scheiß und bis Freitag durfte ich nicht raus, Samstag durfte ich dann raus. Also bin ich um 0.00 Uhr am Freitag raus, direkt fortgegangen. Und es war nicht nur körperlich eine Scheißphase für mich, sondern auch psychisch einfach, weil ich kann mich nicht bewegen, kann keinen Sport machen, bin alleine zu Hause, mache nichts anderes als irgendwelche Serien zu schauen. Ich war sogar zu faul, um mich selbst weiterzubilden. Und das ist in so einen ganzen Abwärtsstrudel gewandert. Wo ich dann raus durfte, wurde es irgendwie besser, aber ich habe trotzdem diesen Lifestyle weitergelebt, nämlich noch eine Woche dran zu sagen, jetzt chill ich nochmal eine Woche und nichts zu machen, außer fortzugehen und mich zu Hause auszuruhen, weil ich einfach tot war, einfach tot, einfach körperlich tot. Ich konnte nicht. Die Motivation war am Ende, mein Körper war am Ende, ich war einfach richtig ausgebrannt. So wenn du jahrelang gearbeitet hast und dann bist du richtig ausgebrannt und hast auf nichts mehr Bock. Und durchs Feiern und so weiter hat sich dieser Strudel immer wieder nach unten gezogen, aber ich wusste, hey, am Ende des Horizonts ist die Kollektion, ich muss jetzt Gas geben und dann erfahre ich, dass sich meine Kollektion komplett nach hinten verschiebt, aber wirklich komplett, weil der Hosen- und der Kappenhersteller unsere Slots nicht freigegeben hat. Meier. Und ich bringe nicht schon wieder eine Kollektion raus ohne Hosen und ohne Kappen. So. Und es gibt noch ein paar andere Accessoires auch. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt ist es soweit, Max, das ist deine Zeit, jetzt kannst du mal Urlaub machen, jetzt kannst du mal chillen und habe mir dann einfach die Zeit genommen. War viel unterwegs, war in Mykonos, habe dort das erste Mal in meinem Leben auch wirklich Geld ausgegeben für Dinge, das erste Mal wirklich ein nices Leben gelebt, habe so viele neue Kontakte gemacht, beim Fortgehen natürlich auch, Leute, die du sonst nicht triffst, wenn du in diesen Bereichen nicht unterwegs bist, wo man auch Geld liegen lässt, weil ich war vorher immer sehr, sehr sparsam war mit solchen Dingen. Ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen ein Polster aufgebracht, ich werde da jetzt keine Zahlen nennen, wie viel ich ausgebe, aber weiß ich, egal, egal, aber was ich da teilweise ausgegeben habe, das habe ich vor ein paar Jahren noch im Jahr verdient. Also in diesen Bereichen war es unterwegs. Jetzt bin ich wieder da, weil ich natürlich wieder Geld brauche, Freunde. Nein, das ist nicht der Fall. Ich weiß ja ungefähr, wie ich Dinge abschätze, also keine Sorge, wenn jetzt jemand Angst hätte, dass ich pleite bin oder so, es ist alles im grünen Bereich, aber gewisse Polster, die man sich aufgebaut hat für andere Dinge, die habe ich natürlich schon ausgegeben. Aber die Zeit habe ich mir genommen. Es sind auch andere Dinge vorgefallen, die unmöglich sind, dass ich die auch nur ansatzweise irgendwo veröffentlichen könnte, aber es waren viele positive Dinge, viele absolut verrückte Dinge, aber auch viele negative Dinge. Ich möchte auf meine Stimmungslage, die mich teilweise begleitet hat, eigentlich jetzt nicht unbedingt eingehen, aber es war nicht immer ganz so einfach. Gewisse Phasen, vor allem, wo es körperlich noch am Arsch war, wo ich jetzt auch auf einer Body-Kollektion geht es sich nicht aus und ich einfach auch mental schon richtig nach unten gezogen war, auch aufgrund des fehlenden Sports. Das hat sich jetzt um einiges verbessert. Ich bin jetzt wieder in dieser Aufrappelungsphase, werde es aber schön langsam angehen. Also es wird jetzt nicht wieder viermal die Woche ein Video auf Max a Billion kommen, dreimal die Woche eins auf Max a Billion und drei Streams die Woche und Insta-Stories und so weiter und so fort, sondern wir gehen es schön langsam an. Das ist jetzt mal das erste Video und dann geht es wieder mit den Formaten los, die ihr natürlich vermisst, wie Offenheit oder Offenheit, aber auch Dinge wieder wie Sneaker festhalten, andere Challenges. Auf das habe ich Bock, da gebe ich Gas, ich hole mir meine Leute wieder ins Boot, die jetzt auch schön brav Urlaub gemacht haben und dann geht es wieder dahin, aber Step by Step. Ich habe einfach auch gemerkt, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, obwohl es mir irgendwie teilweise gar keinen Spaß gemacht hat. Ich möchte da wieder reinfinden, ich möchte, dass mir mein Beruf, mein Job, den ich ausrichten darf, wieder Spaß macht und ich das nicht mache, um Geld zu verdienen. Teilweise war es nämlich wirklich schon so und ich nicht mehr diese Verpflichtung fühle, sondern einfach die Freude fühle, das machen zu dürfen, was ich machen darf, was ich machen kann, was ich mir aufgebaut habe und das ich natürlich dank euch verrichten kann. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Ich hoffe, ihr könnt mir mit ein bisschen Rücksicht entgegenkommen, wenn man sich so ansieht, was ich in den letzten Jahren wirklich urlaubsfrei ohne irgendwas durchgezogen habe. Ich hoffe, dass ihr da wieder am Start seid und auch euch freut auf viele Videos. Ich habe schon gesagt, ich habe gute Kontakte gemacht. Das war eins der wenigen Outputs, die ich mir vor Augen halten kann von den Dingen, die ich so gemacht habe. Und wer es mitbekommen hat, ich war auch mit dem Blog Squad unterwegs. Viele von euch wissen, ich bin der größte David Dobrik Fan ever und die waren auf einmal in Wien. Die habe ich auf einmal beim Fortgehen getroffen. Mit denen war ich viel unterwegs. Mit denen bin ich jetzt auch connected. Vielleicht geht es für mich auch mal nach L.A. Ich möchte natürlich nichts verschreien, aber das sind auch so viele Dinge, die ich erlebt habe, die ich einfach nicht erzählen kann. Schade, schade. Schade, 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 schade. Redet mich auch nicht privat darauf an. Das sind einfach Dinge, die muss ich, zumindest was Social Media betrifft, mit ins Grat nehmen. Aber in den zwei Monaten sind die krassesten Dinge ever abgegangen. Vielleicht werde ich im Stream, Freunde, streamen geht dann auch bald wieder los. Deswegen immer auf Instagram dabei sein. Dann wisst ihr nämlich auch ganz genau, wann kommt jetzt ein Stream, wann geht was ab. Es kommt jetzt immer so Cezal-Weiß. Also seit dem Start, da werde ich vielleicht ein paar Details noch mehr rausplaudern, als jetzt hier am Hauptkanal. Aber vieles geht halt einfach nicht. Und das ist, also ich labere jetzt 10 Minuten, das kannst du alles nicht mal in 10 Minuten zusammenfassen. Vielleicht werden wir das noch im Stream genauer erörtern. Das soll ein reines Update sein, was ungefähr bei mir abgegangen ist. Ich bin noch nicht über den Berg, ich bin noch nicht fit. Ich kann immer noch keinen Sport machen, was natürlich scheiße ist, auch bezüglich Sponsoren und so, Idee ist, was die Idee ist. Was willst du machen? Gesundheit? Also würde ich sagen, Gesundheit geht vor. Ich bin eine Fetzer bei mir geht vor. Erfolg und Geld. Nein. Das soll natürlich dementsprechend auch weniger sein. Ich werde jetzt wieder sehr viel an mir arbeiten, weil das haben wir die letzten zwei Monate nicht. Das war schon nice. Aber jetzt geht es dahin. Ich bin motiviert. Ich hoffe, ihr seid auch motiviert. Und im Prinzip gibt es dazu nichts zu sagen. Ich höre natürlich nicht auf mit YouTube, weil was soll ich sonst machen? Nein, ich habe teilweise wirklich überlegt, ob ich alles liegen und stehen lasse und einfach nur meine Marke mache. Aber nein, ich habe Bock drauf. Mit dem habe ich angefangen. Ich habe nach wie vor Bock drauf. Aber ich darf mich halt nicht immer so zwangsweise in das Ding da reinhauen. Wisst ihr, was ich meine? So, try hard bringt gar nichts. Okay, das ist das Update. Freunde, sorry. Das habe ich jetzt einfach gebraucht. Seid noch nicht allzu böse. Bin wieder da. Chef ist wieder da. Und bleibt gespannt. MM-Erotika unbedingt am Start bleiben auf Instagram und natürlich auf mmbna.com. Da gibt es einige, die sind schon brennheiß drauf. Natürlich auch. Wird die heftigste Korrektion. Abstand die heftigste. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber es ist auch jedes Mal so. Und wer noch, wer gar nicht warten kann, wir haben noch einen kleinen Stand auf mmbna.com von Tabula Rasa. Aber liebe Freunde, in diesem Sinne gibt es nichts mehr zu sagen. Ich verlinke euch jetzt kein Video oder so. Ich hoffe, ein paar von euch haben geschaut. Was für Ehrensupporter, die trotzdem weiterhin die Videos gesehen haben. Ich habe ein bisschen Geld bekommen, aber jetzt nicht die Welt. Das war hier gut, dass wir teilweise noch Sponsoren hatten. Okay, Freunde. Das war es von mir. Euer Maximilian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bistambiack-